Sehen Sie sich meine Hände an. Die Haupttemperatur beträgt etwa 36 Grad, falls Sie es genau wissen wollen. Und die Haut selbst ist ein wenig spröde. Sie kann Pistolenkohlen abhalten. Fünf Stück waren es bei meiner letzten Verhaftung. Außerdem habe ich ein paar weitere Qualitäten. Ich bin stark. Viel stärker, als es einem Mann von meiner Größe zuzutrauen wäre. Mit dem linken Auge habe ich die letzte Schlacht mitgeschnitten. Ich kam, um meinen Schöpfer zu töten. Ein halbes Dutzend Kampfszenarios, in denen ich ihm sämtliche Knochen brechen würde, liefen in meinem internen Display ab. Theatralisch knackte ich mit den Knöcheln. Dr. Impossible knurrte ich. Es ist vorbei. Er schaute auf, gerade als ich zum Sprung ansetzte. Und erst jetzt erkannte er mich. Hat aber noch genug Zeit, ein langes Stück Plastik vom Gürtel zu lösen und damit auf mich zu zielen. Er drückte auf den Knopf und es war vorbei. Dr. Impossible schlägt zurück. Ein Superhelden-Hörbuch. Gelesen von Annette Frier und Bernhard Hoäcker.